so dann um wegen der Munition ich hab doch gerade eben neu gekauft oder was ist jetzt das auch nicht dann mache ich mal davon 120 20 und dann so von 200 also ich hab noch 300 Euro 300 Euro gut dann muss Nummer 10 300 sowas geht so dann kaufe ich mir das jetzt habe ich nur noch drei Münzen dann lass mal mit den Fahnen mal gucken wer den noch hat vielleicht bin ich auch der einzige also meiner ist T26 20 und es sind gerade 100 100.000 100.000 Leute sind on cool 100.000 1.000 642 48 oh wann geht's los jetzt geht's los ja ich bin der einzige aus meiner Gruppe und von den Gegner haben die zwei davon was die haben Klasse 3 ach du Scheiße die haben Fahrzeug mit Klasse 3 er ist aber unverschämt dann mache ich auf Nummer 3 3 besetzen wo bin ich denn jetzt hier ach ja jetzt sind wir hier ich fahr mal da oben her ja der Kopf kann sich schon mal drehen das ist schon mal gut komm schneller wieso fährt er nicht so schnell komm 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 hinter den Maus was hat denn für ein Ding manche Leute haben keinen Geschmack stopp das war doch ihr gut so oder doch keine gute Idee weil die sind ja alle da hinten und ich spiele sie jetzt ach so da unten sind sie so what the fuck Alter lass mich in Ruhe Scheiße 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 Alter Schwede da oben dieser kleine Pisser Mann ich hab nur noch 68 Prozent so da oben steckt der los 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 ach das bringt doch jetzt oh was will er das jetzt so oberen ne schelft den jetzt mal doch ich geh dahin ist mir jetzt egal ob ich sterbe oder so immer diese scheiß Kürt Kurschen Klicke Klingel Klicke ich versteck dich mal hinter mir hinter dich hinter mir hinter dich Aua sehr gut keine Spassi ey lass mich mal da hinten hin ne der Symptom Haus ok ok warte mal hab ich das richtig da unten ist der Töte ihn doch Töte ihn doch Töte ihn doch ist auch finito äh ey der hat genau meinen gleichen Panzer oh scheiße ja ich der ich bin tot wieso nur das ist auch scheiße ach gibt eh nicht so viel Geld deswegen zieh ich mich zurück weil ich hab keinen Bock immer zu warten und so im so der nächste Stellplatz kostet 300 ich weiß nicht 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 bei denen habe ich auch aufgerüstet ja auch ne nicht so richtig das habe ich nicht aufgerüstet ähm der da ja doch aber keine Ahnung hier der der sieht bisschen scheiß aus aber der ist gut der ist echt gut ach ne den behalte ich dann verkauf ich einen Panzer den schon am Anfang hat ich glaube der hier der ist auch nicht so gut ja genau den verkauf ich für vor ne verkaufen ist mir egal ach so die Männer zu Kaserne so jetzt habe ich den verkauft für 0 Euro und jetzt habe ich wieder ein ähm jetzt kann ich mir wieder einen Panzer kaufen ja wie viel kostet das denn wenn ich hier was kaufen will alles 3000 Euro auch Schokolade oh mein Gott unnötig nein ich will schon nicht kaufen ähm so wie wär's hiermit ich muss mal hier die Leute gut der ist da schon 16% der kann mal Trikots drehen so hier die sind schon hier die sind auch schon die sind auch schon wow die sind alle schon ne die nicht erforschen das da so ok dankes viel zuschauen und bis bald tschööö und bis bald die 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 die